Und was macht eine Frau wie du bei Tinder? Eine Freundin hat mich angemeldet. Ist das so? Normalerweise machst du sowas nicht. Und hat dich mein Schnibelbildchen beeindruckt? Also ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Bist du sicher? Na klar, bin ich mir da sicher. Das versteh ich nicht. Hey, warte mal, lass doch nur mal anfangen. Hast du Hobbys? Ähm, also ich fahr voll ab auf mein Golf GDI. Und ich geh gern die Muggibule. Fett pumpen. Also das zürnt mich total ab. Du bist doch unvegetar, ja? So stand das doch in deinem Profil. Kochst du vielleicht auch? Vegetarisch? Ei, logisch. Mit Soja. Und allerlei Gemüskram. Ich bin aber eher so ein flexibler Vegetarier. Was meinst du denn damit? Wenn ich sauber gewesen bin, dann hole ich mir einen richtig großen Döner. Nee. Mit extra viel Fleisch. Du, da fällt mir gerade ein. Ich muss ja mal ganz früh raus. Ich muss... der Zum Bauch ... wenn ich wiederum werden und zu! Ich mussターier!